Ja, willkommen zu einem neuen Video. Manche Leute sagen ja, der Mensch sei von Natur aus böse und grausam. Ja, aber das ist nicht wahr. Ich finde, der Mensch an sich ist nicht von Natur aus grausam. Und ich möchte euch in diesem Video erklären, warum. Ja, der Mensch ist ja in seinem Kern nichts weiter als ein Tier, das ist im Sinne von sein. Und das ist ja die Grundlage. Aber anders als die Tier- und Pflanzenwelt hat der Mensch im Laufe der Zeit die Gabe des Verstandes entwickelt. Er hat Menschenverstand, er kann denken, er ist sehr rational, sehr logisch, teilweise sehr emotional. Der Mensch ist das vielleicht einzige Lebewesen in unserer Galaxie, das man als geisterhaft bezeichnen könnte. Ja, also eigentlich sind wir Geisteswesen. Alles, was wir lernen, lernen wir über den Verstand, über Worte, über Sprache. Tiere lernen über Sehen, über Erfahren und wir lernen das meiste. In unserer heutigen Zeit lernen wir über den Geist. Ja, und der Mensch war bis dato das erste Lebewesen, das Dingen und Formen einen Wert gegeben hat und gibt, auch heute noch, der über ihren Nutzen hinausgeht, aber auch Dingen und Formen, die für ihn überhaupt keinen Nutzen haben. Diesen Wert nennt er Schönheit. Kein Tier würde eine Pflanze, die giftig ist, als schön bezeichnen. Wir empfinden Ästhetik für beinahe alles. Welches Tier guckt sich den Sonnenuntergang an? Welches Tier investiert Kraft und Zeit, was in der Natur verdammt wichtig und verdammt wertvoll ist? Weil, wenn du keine Kraft mehr hast, dann sieht es ganz schön unangenehm für dich aus. Aber der Mensch investiert diese Kraft, weil er sie ja auch hat, und wandert kilometerweit, meterhoch auf Berggipfel, um einfach nur, um sich das anzugucken. Ja, das macht gar keinen Sinn. Rein aus der Natur heraus macht das überhaupt keinen Sinn. Und dadurch gehört der Mensch im Grunde zu den Lebewesen mit dem höchsten Potenzial. Weil aus diesem Empfinden von Schönheit kann man verdammt viel machen. Was aber, wenn dieses Potenzial nicht erkannt wird? Ja, also wenn das Erleben ohne das Erkennen auftritt. Es gibt ja Leute, die sagen, alles muss einen Sinn haben, alles muss einen Erkenntniswert haben. Die sagen, ein Tattoo darf nicht existieren, wenn es keinen Erkenntniswert hat. Das kann man natürlich sehen, wie man will, aber das kommt ja auch nicht von ungefähr. Wenn das Erleben ohne das Erkennen auftritt, dann kann es sehr unangenehm werden. Die Selbsterkenntnis darüber, welchen Wert oder welches Potenzial der Mensch in dieser Welt hat. In welcher Beziehung, in welcher guten Beziehung der Mensch eigentlich zur Welt steht. Dieses, diese Selbsterkenntnis hatten Menschen, die ersten Menschen, welche eine ganz kleine Menge, eine ganz kleine Minderheit darstellten, vor knapp 2000 Jahren erstmals bewusst gemacht, ja, in der Gesellschaft. Und die Worte dieser Menschen hatten eine enorme Anziehungskraft, also die so groß war, dass diese Worte, obwohl man sie nicht verstanden hat, 2000 Jahre von Milliarden Menschen immer noch an diesen Menschen dran hängt. Und diese Anziehungskraft, die Menschen hatten so eine Anziehungskraft, dass sich zum ersten Mal ohne Einfluss von irgendeiner Dominanz oder politischer Macht Personenkulte bildeten, die sich später dann zu intellektuellen Religionen entwickelten. So kann man das ungefähr sagen. Und zu diesen Menschen gehörten zum Beispiel Buddha oder Jesus. Im Grunde waren das sozusagen damals schon Meister, die wussten genau, was abgeht. Und diese Selbsterkenntnis kam aber ein paar Jahrhunderte zu früh. Denn auch diese scheinbar erleuchteten, erkennenden Personenkulte verstanden nur einen Bruchteil dessen, was ihre Propheten ihnen beigebracht haben. Und dann entstanden eben die Religionen, die diese Erkenntnisse von Leuten wie Jesus oder wie sie alle heißen, nicht genutzt, sondern missverstanden haben. Und auch heute noch, und das ist das Problem, auch heute noch stehen die meisten Menschen dieser fortschrittlichen Zivilisation im Leeren. Das jahrtausendelange Unwissen darüber, dass auch heute noch im Lebensalltag der meisten Leute verankert ist, das hat die Menschen krank gemacht. Das hat uns krank gemacht. Und diese Krankheit, das ist das Ego. Das ganze Leben eines Ego-Menschen. Das Ego hat auch einen Sinn, aber darum geht es heute nicht. Das ganze Leben eines Menschen mit Ego besteht im Grunde daraus, eine Geschichte darzustellen, die in den meisten Fällen eine Leidensgeschichte ist, die ihn, also den Menschen, den Betroffenen zum Opfer und die Welt zum Täter macht. Aktuell gucken wir in die Welt und wir sehen diese ganzen Probleme, diese ganzen Konflikte. Da gibt es Corona, die vermeintlichen Verschwörungstheoretiker gegen die ganzen anderen Leute, die alle sagen, ja, die sind so verantwortungslos. George Floyd, diese ganzen Konflikte sind alle beidseitige Opferkonflikte. Beide Gruppen sind in ihrer Opferidentität gefangen. Und diese Geschichte, um nochmal auf den Standpunkt zurückzukommen, diese Geschichte, die der Mensch darzustellen versucht, ist in den meisten Fällen zusammengesetzt, eigentlich in fast allen zusammengesetzt, aus drei kohärenten, also zusammenhängenden Kapiteln. Das erste Kapitel könnte man nennen, meine problematische Vergangenheit. Vermutlich beinhaltet dieses Kapitel der Vergangenheit einen ganzen Schwall aus widrigen Umständen, negativen Emotionen, Leute, die dich ungerecht behandelt haben. Der Mensch nutzt diese Emotionen, die sich ja im Grunde als Konditionen auf alles auswirken, was gedanklich in ihm entsteht, weil er glaubt, das für die Zukunft zu brauchen. Viele Leute nutzen die Vergangenheit als Wert, um die Zukunft zu ändern oder zu beurteilen, um präventiv zu verhindern, dass weitere negative Emotionen kommen. Dann gibt es Kapitel 2, und zwar die aktuelle Situation, das Jetzt, die Gegenwart. In Wahrheit, die meisten Menschen sind in diesem Kapitel eigentlich nur körperlich anwesend, weil sie viel zu viel Zeit damit verbringen, sich Gedanken über Kapitel 1, also die Vergangenheit, und Kapitel 3 zu machen. Die Gegenwart verbringen die Leute entweder damit, ihre Leidensgeschichte im Geiste auszubauen. Ja, meine Vergangenheit, und dann ist ja das noch passiert. Irgendwann, die meisten Leute können ihre schlimme Vergangenheit, das, was ihnen alles zugestoßen ist, können die dir alles, das wissen die alles auswendig. Und der Mensch betrachtet dieses Kapitel, das Kapitel 2, das Jetzt als Produkt seiner problematischen Vergangenheit. Ja, und deswegen lehnt er die jetzige Situation ab, welche aber eigentlich ja, wenn wir ehrlich sind, die einzige reale ist. Es hat noch nie jemand in der Vergangenheit gelebt, und auch nicht in der Zukunft, zumindest nicht körperlich. Die glauben, die Leute glauben, die Zukunft könnte besser werden als die Gegenwart, und deswegen lehnen sie die Gegenwart ab. Und dann gibt es das dritte Kapitel, und das ist die Zukunft. Dabei dreht sich alles in diesem Kapitel, alles um dieses Nach-Vorne-Schauen, und das, was die meisten Menschen haben wollen, wo sie hinwollen, das glauben sie in der Zukunft zu finden. Und oftmals tun sie das insofern, dass sie auf die Zukunft warten. Einfach nur warten. Und die Vorstellung von Zukunft ist bei vielen Leuten eigentlich fast immer der Auslöser für entweder Erwartungen, welche enttäuscht werden könnten, oder Angstzustände, welche auch Erwartungen sind, aber andere. Keins dieser Kapitel, dieser drei Kapitel, aus denen die Leidensgeschichte eines Menschen besteht, spielt außerhalb der Geistesrealität eines Individuums irgendeine entscheidende Rolle. Ja, die Vergangenheit aus Kapitel 1 ist eine Erinnerung, eine Gedankenform, der man im Grunde keinen inhaltlichen Wert zuschreiben muss. Die Gegenwart aus Kapitel 2 nutzt der Mensch nicht richtig, weil er sie mit Vorstellungen verbaut und mit Ängsten, die ihn dann daran hindern, in der Zukunft effektiv zu sein, weil er muss ja jetzt das Richtige tun, anstatt darüber nachzudenken, wie schwer doch alles sein ist oder was. Und Kapitel 3 ist nichts weiter als eine gedankliche Interpretation von Möglichkeiten, oder Wahrscheinlichkeiten. Sie hat zu keinem Zeitpunkt im Universum je existiert. Und erst wenn man das erkennt, dann merkt man, wie problematisch und paradox auch das normale Leben der meisten Menschen ist. Sie nutzen höchst neurotische und teils völlig sinnlose Konditionen, um von einer durch Wahrscheinlichkeitsinterpretation entstandenen fiktiven Realität zu erwarten, besser zu sein als der reale Zustand des Universums. Das ist krank. Und je öfter der Mensch versucht, diese wirklich hoffnungslose Art zu leben, je öfter er versucht, das zu wiederholen, desto schlechter wird seine Beziehung zum Leben und deswegen werden so viele Menschen heutzutage und auch früher depressiv. Ja, das ist was man, wenn wir ehrlich sind, das kann man mitunter als punktgenaue Definition von Wahnsinn beschreiben eigentlich. Der Mensch sucht sein Glück, seine Freude, die ganzen spirituellen Dinge, die ihn von der Natur und von der Welt unterscheiden, in gerade dieser Welt, die ja nichts davon zu bieten hat. Weil anders als der Mensch ist die Welt ja nicht spirituell oder geistig. Der Mensch sucht sein Glück in der Welt, aber man kann das nur in sich selber finden. Wenn man Liebe, Liebe, viele Leute suchen nach der Liebe. Ja, irgendwann kommt die Richtige. Aber die Liebe ist eine spirituelle Sache. Das hat mit anderen nichts zu tun. Das kann nur in einem selber aufkommen. Und wenn man Liebe gibt, dann bekommt man sie auch, beziehungsweise dann hat man sie ja schon. Und man aktiviert sie dann in anderen und dann kriegt man sie zurück. Aber man kann das nicht in der Welt finden. Das geht nicht. Und jeder, der ein paar Jahre auf dem Buckel hat, der weiß das auch. Und in diesem hoffnungslosen Trug, den inneren Frieden insgesamt, kann man sagen, in der Außenwelt zu finden, wird der Mensch wahnsinnig und illusionär. Und weil diese Geschichte auch so ich fixiert ist, ich, 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 meine Geschichte, meine Zukunft, meine Vergangenheit, steht er dauerhaft unter dem Geltungsanspruch oder unter dem Druck des Geltungsanspruchs, wo er sich dann mit anderen vergleicht. Und das schließt natürlich mit ein, dass nicht nur jede bedeutungslose Aussage für ihn dann auf einmal super wichtig ist, sondern auch der Ego-Mensch hält alles, was er denkt, für die Wahrheit. Und sogar Gedanken anderer, also das, was andere denken könnten, ist dann plötzlich ganz wichtig. Und, oh mein Gott, wie sehe ich heute aus? Oh, das muss alles richtig, na, was ist, wenn, was denkt sie von mir? Vielleicht findet sie mich komisch. Ja, aber das ist doch ihr Problem, wenn sie dich komisch findet. Ja, alles, was in seinem Kopf vorgeht, in dem Kopf eines Ego-Menschen, vieles davon ist reine Fiktion. Das ist geisteskrank. Und dadurch, dieser auf Jahrtausende langes Unwissen aufgebaute Wahnsinn, ist verantwortlich für alles Leiden, was es in dieser Welt gibt. Das ist, wenn du Ego mit Intelligenz und Fortschritt kombinierst, was meinst du, was das für ein Pulverfass ist? Wir haben es doch schon oft gesehen, das hat so eine Explosionskraft. Der Zweite Weltkrieg, die ganzen Kriege, der Rassismus, die Diskriminierung, das Machtgefühl, der Materialismus, dieses Trachten nach Reichtum, das sind alles Resultate von dem Ego, von dieser Leidensgeschichte, von diesem dauerhaften Geltungsanspruch. Und das ist das Grausame an den Menschen. Grundsätzlich kann man sagen, der Mensch an sich ist nicht bösartig, nicht grausam. Der Mensch ist ein Lebewesen, das sehr viel Potenzial hat, das sehr viel Kraft hat, das intellektuell enorme Substanz aufweist. Aber durch seine Gedanken, durch die Art und Weise, wie er sich selber und die Welt sieht, durch das Unwissen, was er mit dieser Kraft alles anfangen kann, die er hat, kommt da mitunter sehr viel Scheiße bei raus. Das ist das Problem, was meiner Meinung nach die Menschheit hat. Sie hat eine Geisteskrankheit und die nächste Stufe der menschlichen Evolution wird im Wesentlichen darin bestehen, diesen Wahnsinn zu überwinden. Ja, und das ist also, das ist meine These. Ich glaube, ich bin aktuell davon überzeugt, dass der Mensch in seinem Kern nicht böse ist. Und deswegen kann ich diese pessimistische Weltanschauung vieler Menschen, zu sagen, das Böse liegt in der Natur des Menschen, kann ich nicht nachvollziehen. Das sind alles spirituelle Konzepte. Jetzt kann man sagen, okay, das ist so ein Esoterik-Scheiß. Astro-TV lässt grüßen. Die Karten sagen mir dies und das und Ananas. Aber es steckt einfach viel Wahrheit dahinter. Und das habe ich auch in meinem Alltag immer wieder festgestellt. Ja, was soll ich sagen? Das ist meine Meinung. Gerade so auf Tumblr gibt es ganz viele Leute, die sagen, oh, der Mensch ist so grausam. Nein, der Mensch ist nicht grausam. Er hat nur leider eine Anna Birne. Das ist das Problem. Ja, so kann man es im Grunde sagen. Das, was ich euch jetzt erzählt habe, das kennt ihr vielleicht, habt ihr vielleicht in irgendeiner Form schon mal gelesen, gehört. Lest euch mal von Eckart Tolle das Buch Eine neue Erde durch. Es ist ein richtig geiles Buch. Ja, das war eigentlich alles, was ich euch erzählen wollte in meinem Video. Ich hoffe, meine Transgender-Stimme hat euch nicht allzu viel genervt. Wenn euch das Video gefallen hat und ihr euch sagt, hey, da kann ich mich mit identifizieren, das sehe ich genauso. Oder vielleicht habt ihr auch eine ganz andere Meinung. Vielleicht sagt ihr, hey, das ist, nee, der Mensch, eigentlich ist er doch böse oder so. Dann schreibt es mir in die Kommentare. Gebt mir einen Daumen nach oben. Abonniert meinen Kanal. Wenn nicht, dann fickt euch. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.